Hallo und herzlich Willkommen zu dem zweiten Teil von Einsiedel. Und wir sind hier auf dem sogenannten Cat Car Fahrplatz, der irgendwie lustig ist. Das Ding ist voll lustig. Ja, ganz hart, ne? Und lenken ist mit dem Ding ehrlich gesagt schwierig. Das wird so ein Heckrad. Und man lenkt und hier hat man so zwei Heber. Und ich bin dreckig. Ja, das bin ich. Was ist das? Das ist ein Riesenroller. Ist ja lang. Darum ist der, drei Meter? Ich habe eine Ahnung. Hier haben wir auch nochmal so ein Ding. Und ich gebe jetzt mal Gas. Wuhu. Ich finde das Ding irgendwie lustig. Hier kann man antreten. Wow. Und jetzt bauen wir einen super Crash. Alter, hier trifft es so wie bist du erst. Darf ich mal mit dem Ding fahren? Also eine Runde fahr ich noch. Nimmst du mal Kamera? Wenn die Berg sind. Ja, fack mal. Ne. Halt rum. Du? Ja. Warte mal, wir fahren jetzt mal so hier. So, und jetzt fahren wir hier. Rückwärts. So. Und denn? Florian hat's hingelegt. Hast du jetzt immer noch Lust drauf? Ja, klar. Ich will jetzt auch mal fahren. Ich hab's so toll eingelenkt und bin umgekippt. Und da hatte grad diesen Knüppel im Arsch. Das ist unangenehm. Wie lenkt man mit dem Ding? Ja, die Hebel immer links-rechts hat Dreck. Radlenkung. Das Ding ist voll cool. Und dann musst du mal lenken. Übelst du scharf. Ja, ne. Darfst du leider nicht. Jetzt gib mal Gas und jetzt trifft du mal übelst du. Jetzt klau ich mir mal das Ding. Wenn ich das wegkriege. So. Finde ich voll geil. Ne. What the fuck. Wow. Das hat überhaupt keine Bremse, so eine Scheiße. Ist das überhaupt straßenzugängig? Ja. Ha? Ja, klar. Der klaut keiner hier. Und jetzt lenkt mal ein. Ich rutsche. Ich rutsche. Ist unfair, du bist schneller. Das mein ich. Du lenkst minimal zu doll ein und das Ding kippt um. Ist bei mir nicht so, aber das ist schwieriger mit Drähten. Ist auch cool, das Ding, oder? Ja, das ist geil. Deshalb würdest du jetzt wirklich mal durch den ganzen Fork kommen. Ja, ne. Aber du kommst in die Berge noch hoch. Dann kriegst du halt. Hey, ich kann das sogar freihändig. Das Ding ist voll geil. Der macht voll Spaß mit dem Ding. Der fährt hier einfach mal auf. So ein Luder. Ich kann nicht schneller. Mit einer Hand lecken. Wow, Alter. Kipp und Klausen. Sattel. Wow. Alter, ich kann nicht mehr. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Komm ich hier rum? Wow. Total Schaden. So eine Scheiße. Au, über den Fuß gefahren. Au. Au. Noch mal. Alter, Leute. Es macht so viel Spaß. Das ist... Guckt euch das Ding einfach an. Das ist für Kinder. Keine Ahnung. Kleine Kinder auf jeden Fall. Also nicht für mich. Aber es macht so ein Riesenspaß damit zu fahren. Aber es ist so sau anstrengend. Und das Ding hat keine Bremse. Es ist unfair. Was meinst du? Ja, ne. Hat auch keine. Alter, wie viel schnell? Du kannst mal hier aufstehen. Das macht so Spaß. Sorry, Leute. Das ist eine Kindheitseränderung. Darf ich mal so ein Longboot-Tuch? Ist auch voll zu hauen. Ne. Das schaffe ich nicht. Das Longboot-Fahren angenehmer. Ich nehme mit dem Ding. Du, eh. Ich nehme. Die Lenkung ist voll schwerfällig. Boah. Ich muss jetzt aufhören. Das ist... So, ich packe das jetzt perfekt hier mitten auf der Strecke. Luca kommt nochmal angerast hier. Der will nicht umfahren. Wow, Alter. Hau ab. Ich flüchte. Flüchte. Ich zeige euch hier nochmal die Map. Die Rennstrecke... Äh, Alter wackelt das. Scheiße, ist das locker. Das ist so die Strecke, wo man hier fahren kann. Wie Luca zum Beispiel. Alter, ich nehme das Ding. Da glaube ich noch raus. Ja, klar. Das kriegst du noch nicht mal durch die Tür. Deswegen ist die Tür so enge. Damit du das Ding nicht mitnehmen kannst. Ich nehme das Tür noch. Jo. Alter, das Ding wackelt hier. Na geil. Also hier hast du ganz viele hier. Die sind riesen Roller. Ja, da kommt Luca. Gehen wir mal wieder runter. Alter, wollen wir mal den Reifen aufstellen? Alter, ich stelle den mal auf in vordergegend. Die sind vielleicht festgemacht. Ja, fest. Ach, so. Alter, Flo, setz du dich mal hier hinten drauf. Setz dich mal dort hinten drauf. Scheiße, ist das heiß. Bist du hoch? Ja, ich habe ein Rad zwischen Eiern. Wenn du jetzt zu doll einlenkst, dann habe ich es am Behn hängen. Oh, scheiße. Er macht das. Wow. Der Kippe gleitzen Smetung. Bevor wir noch mehr Blödsinn anrichten, würde ich sagen, ich beende diese zweite Folge von dem Tag in Einsiedel. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Besucht sie einfach unter www.einsiedel.de. Keine Ahnung, wie die Website heißt, aber ich denke... www.einsiedel.erlebnisdorf.de. Oder so. Alles klar. So, Luca dreht jetzt nur noch seine Runde. Hm? Ich bin kein Streber. So. Okay. Bis dann, Leute. Haus rein. Und tschüssi. Tschüssi. Woohoo.